So, herzlich willkommen zurück zu Warframe, endlich mal wieder nach einer längeren Pause. Mit einer neuen Folge und bevor ich jetzt gleich direkt loslege, will ich zwei Kleinigkeiten anmerken, weil das wird sowieso gefragt werden ansonsten. Erstens, warum war so lange Pause? Kurzversion, ich habe ein Projekt als Projektleiter übernommen und da muss ich im Moment jede freie Minute reinballern. Ja, es war freiwillig, aber ich hatte auch Bock drauf, deswegen joa. Und leider muss ich dem Ganzen über YouTube Priorität einräumen, was halt heißt, mal habe ich eine Woche Zeit, was aufzunehmen, dann bin ich wieder einen kompletten Monat, habe ich keine Wochenenden oder sonst wie, an denen ich was machen kann. Also, ja, seht's mir nach. Es heißt nicht, dass ich nichts mehr hochladen werde oder so, sobald, ich meine, nächstes Jahr irgendwann ist das Projekt zu Ende. Und spätestens ab dann sollte es auch wieder mehr Zeit geben, beziehungsweise wenn ich dann meinen Abschluss habe, dann auch. Und, ähm, ja. Ich lade was hoch, wenn's passt. Ich versuche zu streamen. Mal gucken, was ich wie lange durchhalte. Ihr werdet's sehen. So, die zweite Sache ist, das wird dem einen oder anderen vielleicht auffallen, dass dieses Video hier in 2K hochgeladen wurde auf YouTube. Ähm, erste Sache, ich hab's nicht in 2K aufgenommen, sondern ich sitz hier vor meinem Full-HD-Monitor. Ich hab zwar 144 FPS, aber das bringt mir auf YouTube auch nichts, weil mehr als 60 gehen da nicht. Ähm, aber ich hab mir sagen lassen, dass, wenn man ein Video in 2K hochlädt, kriegt man von YouTube einen besseren Codec. Was bedeutet, dass auch die 1080p-Aufnahmen wesentlich besser aussehen. Und ich hoffe so ein bisschen, dass das hilft. Deswegen auch Warframe, um das auszuprobieren. Denn in Warframe, ich bewege mich gerne mal so schneller hin und her. Ne, ich hab ne super hohe Maus-Sensitivität. Alle, die jemals meine Maus in der Hand hatten, finden das richtig kacke. Ähm, ich hab mich so dran gewöhnt, ich kann das gar nicht mehr anders. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich hoffe, dass die Qualität von Full-HD besser ist jetzt. Und man in Warframe ein bisschen mehr erkennen kann, wenn's hektisch wird. Also, außer ein paar Pixelhaufen. Deswegen das Video jetzt in 2K hochgeladen. Auch wenn's nur in 1080p aufgenommen wurde. Ich rendere das einfach halt hoch. Ne, und... Boah, wenn's hilft. Ich find's irgendwie blöd, dass ich keinen besseren Codec bekomme für 1080p. 60 FPS, sondern dafür halt 2K-Videos hochladen muss. Aber... It is what it is. So, damit haben wir den, äh, das Vorgeplänkel abgeschlossen. Ich hab ein bisschen was heute und gestern, äh, gespielt, um mich wieder ein bisschen in die Steuerung zu gewöhnen. Denn es gibt ne ganze Menge Neues. So, folgendes. Was weiß ich? Ich weiß, dass das Duiri-Paradox rausgekommen ist. Ende. Ich hab nichts gelesen. Ich weiß, dass es auch noch ein oder zwei weitere neue Updates war. Ich hab irgendwelche, irgendwelche Mails hier bekommen. Ähm, Syndikate brauchen deine Hilfe, um meine Missionen abzuschließen. Ähm, scheinbar wurde irgendein Frame reworked oder so, weil ich weiß nicht, warum ich sonst einen Former bekommen hätte. Ähm, das ist das... Lotus-Jubiläums-Zeug. Das muss ich mir irgendwann nochmal in Ruhe angucken. Und, ja. Keine Ahnung, was es alles Neues gibt. Ich bin auch ein bisschen out of the loop, was die Story angeht. Ähm... Also, das letzte, was ich gemacht habe, war ja die Sariman, die da irgendwie im Void feststeckt. Und meine Vermutung am Ende der Sariman-Quest war ja, dass die Sariman so eine Art Portal ist, dass man quasi hinter das Void in irgendeine Welt kommen kann. Und dass es da im Void dann eine neue Open World geben wird, weil die fehlt noch. Wir haben eine für Infested, eine für Korpus, eine für Guineer. Ähm, und eine für Void fehlt jetzt noch. Das ist so ein bisschen meine Vermutung. Ähm... Ob es stimmt oder nicht, werden wir jetzt rausfinden, wenn wir das Duviri-Paradox starten. Weil der mich lässt so. Steht ja auch bestimmt was im Klappentext schon. Also ich meine, es sieht cool aus. Und die Musik klingt cool. Betritt das Königreich von Duviri. Okay, das ist herrlich nichtsagend. Und dann würde ich sagen, let's go. Oder auch nicht. Ich hatte irgendwie mit einer Cutscene gerechnet. Ah. Jetzt. Okay. Was auch immer gerade passiert ist, er lädt. Das ist eine gute Sache. Ich tippe ja auf eine Cutscene oder so, weil... Beginn wieder. Royal Harness. Ladies and gentlemen. An... Entertainment. How many times will one dissenter die... Before accepting their fate? I ask you once more, how many times will one fool die? How many times will one proud human soul suffer? Before bending a knee to the greatness of their eternal king? Citizens of Duviri, it is a well-known fact to each and every one of us, yes, that the unbent knee must be broken. characterized I will love my food. In the fall, When we go and die, the terribbel Bombs hits her in the domain of the cloud, A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! So what's with this? Das war's für heute. 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 Ich kann hier Emotes benutzen. Das ist toll. Heilmittel. Rauchwolke. Okay, dann kann ich mich unsichtbar machen. Aber ich kann gerade nichts greifen. Aber ich kann gerade nichts greifen. 3 ist... 3 ist... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die werden alarmiert. Das ist scheinbar, ne? Ich kann... Ich kann den... Ich kann hier. Ich kann hier. Ich kann hier. Ich kann hier. Ich kann hier... Nochmal. 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 Okay. Okay. Ich kann hier. Ich kann hier. nicht. Ich kann hier. Dark Souls oder was ist hier los? Hahaha. Das war genau das, was ich wollte. Hm. Hm. Wie weit können die gucken? Sehen die mich hier? Ich meine, dieser Hecke müsste ich doch einigermaßen getarnt sein, oder? Oh Gott. Oh Gott. Okay. Wenn ich jetzt hier eine Rauchwolke hinmache... Dann müsste ich durchkommen. Wenn wir noch kurz die 8 Sekunden abwarten. Ich bin echt gut versteckt in dieser Hecke, ne? Perfekt. Was passiert? Wo bin ich überhaupt? Die Frage wollte ich eigentlich ganz am Anfang schon gestellt haben. Wo bin ich und warum bin ich? Wo muss ich hin? Wo ist das? Wo ist das? Okay. Ich glaube, der weiß, dass ich hier bin. Jetzt nicht mehr. Musik ist geil. Und der Ort hier ist mega cool, aber... ... Wo zum Fick bin ich. Und was ist mit der Farbe passiert? Das sollte blau sein. Warum haben wir den Mexiko-Filter? Ich würde aber sagen, das ist schon mal eine ganz gute Idee, nicht einfach direkt über diese Brücke zu rennen. Moment, ich muss da auch gar nicht langen. Wo muss ich hin? Da hin? Muss auf die andere Seite. Bitte. Okay, ich sollte hier nicht so offen stehen. Wo ist dieses Monster hin? Warte mal, da hinten ist die Sariman. Ich glaube, ich hatte recht. Das bringt mich aber gerade nicht weiter. Oh, Moment. Pferd. Riech hier... Oh, yes! Yes! Ich habe ein fucking Pferd. Nice. Full Speed. Dammit. Komm. Haloppieren. Mein Pferd hat einen Doppelsprung? Ernsthaft? Warum hat mein Pferd einen Doppelsprung? Okay, das ist das geilste Pferd aller Zeiten. Aus dem Weg! Wird das hier die Wild-West-Karte? Oh, bitte lass es so eine Wild-West-Karte sein. Okay, dieses Pferd ist jetzt schon richtig geil. Das steuert sich mega angenehm. Okay, ähm... Ette ist immer noch unterwegs. Kriegt das Pferd Fallschaden? Ich glaube nicht. Na, warte. Wo muss ich lang? Matär-Lith-Statuen stellen Gesundheit wieder her. Ah. Ist das da unten eventuell die Gesundheit von meinem Pferd? Weiß es nicht. Ich tippe einfach mal, dass ich durch diesen coolen Weg... Uh. Das ist ein neuer Sheriff in Town. Was ist das da? Warum sieht es böse aus? Moment, das ist eine Eule. Eine mechanische Eule. Ich will so eine Eule haben. Aber wie bin ich hierher gekommen? Warum bin ich hier? Wir haben den Drifter doch schon befreit. Weil das klang gerade so, als wäre der schon... ...300.000 Jahre hier gewesen. Und wäre einfach 200.000 Mal exekutiert worden. Es ist auf jeden Fall eine Orokin-Welt. Mit sehr wenig Farbe. Aber dieses Monster da oben scheint sich so gar nicht für mich zu interessieren im Moment. Ähm... ...Kaith. Das Pferd heißt Kaith. Die scheinen nicht böse zu sein. Wie steige ich vom Pferd ab? Ah, okay. Äh, ja. Ah ne. Kaith. So heißen die Pferde. Bombastin. Ei. Ich bin die Bombastin. Auf der Kortli-Stage. Auf der Kortli-Stage. Auf der Kortli-Stage. Ich bin der Kortli-Stage. Auf der Kortli-Stage. Auf der Kortli-Stage. Auf der Kortli-Stage. Ich bin der Kortli-Stage. Ich bin der Kortli-Stage. Ich bin der Kortli-Stage. Hey, der Drifter hat keinen Bock mehr. Thrax-Spielzeug. Ist das hier ein Thrax-Gefängnis? Es scheint ja irgendwie so eine mittelalterliche Wildwest-Welt zu sein. Und ich habe absolut keine Ahnung mehr, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Was hindert mich da dran, einfach in eine andere Richtung zu gehen? Und wo ist mein Warframe? Wo ist der Operator? Und warum ist dieses Pferd so derbe geil? Ah, hier gibt es Ersatzpferde. Das hat echt so ein bisschen... Red Dead Redemption in... Uh, was ist das? Red Dead Redemption in Ultra-Sci-Fi-Vibes. Hm. Eine Platte aus Obsidian. Hallo? Ah. Das ist bestimmt was für später. Ich will aber trotzdem da rüber gehen. Wir gehen noch nicht da lang, wo die Quest will, dass wir hingehen. Dafür finde ich diese Welt zu cool. Mit dem nutzlosesten Geländer, das ich je gesehen habe. Habe ich eine Karte? Ah ja, ich habe eine Karte. Das sind auf jeden Fall so kleinere Städtchen überall. Wir sind hier nicht in unbewohnter Wildnis. Das ist doch schon mal was. Überhaupt, ne? Nette Straßen. Ich hoffe, dass das am Rand keine Grabsteine sind. Auch wenn sie so aussehen. Oh, das ist ein Busch. Ich dachte gerade, da steht ein Monster. Und überall sind nette Leute. Allerdings ist keiner von den Leuten, die wir hier bisher gefunden haben, glücklich. Oder hat keine Maske auf. Oder ist menschlich. Sieht alles aus wie ein riesiges Puppenkabinett. Also die machen alle das gleiche. Ich meine, das ist ja auch das, was der Typ von uns wollte, ne? Ähm. Okay, ich kann mein Pferd noch nicht rufen. Was? Was ist das? Nichts, nichts. Bin nur auf der Durchreise. Boah, wenn ich Saren finde. Dann... Wobei, ich weiß gar nicht, wen ich soll dich überhaupt angreifen. Irgendwie alle, die... Außer diese komischen Roboter wachen, waren ja eigentlich alle ganz nett soweit. Und dieser komische König. Was oder wer auch immer das ist. Also wir wissen auf jeden Fall, wie wir hier rauskommen. Und da oben ist die andere Hälfte der Sariman. Ähm. Ja, das... Das hatte ich irgendwie schon ganz am Anfang das Gefühl, dass der... Die Sariman sozusagen der Stöpsel auf dem Void ist. Oh Gott. Ähm. Moment, was, 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 was hab ich da gerade gemacht? Warte. Okay. Ich kann irgendwie so... Das ist nur ab- und aufsteigen. Ich kann irgendwie so ein Dash machen. Ah. Ich weiß nicht, was das macht. Das hat... Dafür, dass es eigentlich nur ein Dash ist, eine extrem hohe Cooldown-Zeit. Mann, dieses Pferd ist echt schnell. Woher wusste der Drifter eigentlich... Also ich hab das Gefühl, dass der Drifter weiß, wo er ist. Oh, nein. Ähm. Man sollte vielleicht nicht das Essen essen, was einfach random auf einem Tisch mitten in der Wildnis steht. Aber ich hab Hunger. Ähm. What the hell? Ah. Wir sind wieder auf der Sariman. Sage ich doch. Die Sariman ist der Stöpsel. Das da sieht allerdings nicht gut aus. Das ist ein... Halber Engel. Nur größer. Ähm. Warte, da ist der Operator. Ähm. Also. Operator und Drifter sind ja streng genommen dieselbe Person, aber... Das ist freaking weird. Leite die Reflexion ins Licht. Ah, warte. Das heißt, ich muss den Operator... Da rein bewegen. Okay. Und dann? Moment. Schade. Ähm. Ich hab auch meine Waffe nicht mehr. Doch, hab ich. Ich will sie nur nicht ausrüsten, offenbar. Warum zerplatzt das Ding hier, oder? Sind wir noch nicht fertig? Ah ja, da gibt's noch mehr Reflexionen. Und irgendwer pfeift hier. Frage, kommt der automatisch auch da hoch? Ja. Oh, gerade wollten wir uns einen Handschlag geben. Für die Person, die alles hat, hat ein bisschen was extra. 20 mal Inherenzen. Inherenzen. Be on your way. That Orworm is hunting. And it has your scent. Though you could buy some time if you fed it with Sinia first. Was? Die sprechen... Warum sprechen die immer so, als wüsste ich, wovon sie reden? Ich bin nur verwirrt. Ich bin nur verwirrt. Äh. Das ist bestimmt nicht gut, wenn der da irgendwelche Handzeichen macht. Die Möglichkeit, dass es eventuell nur Schattenspielchen sind. Ich sollte eine Höhle finden gegen dieses komische fliegende Viech. Wie die da zum Beispiel. Ja, das ist eine gute Idee. Oh, von hier aus. Ähm. Ernsthaft? Ah. Warum sollte ich auf diese Hand springen? Das sieht nicht aus wie Dinge, an denen ich mich, Orte, an denen ich mich befinden will. Egal. Egal. Ah. Wir gehen ins Rabbit Hole. Warum leuchte ich? Uh. Warte. Nee. Das ist nicht das Gebäude aus dem ersten Warframe-Trailer, oder? Er versteht mich. Ich bin maximal verwirrt. Hier sind noch zwei Sockel frei. Hallo Volt, hallo Mac, hallo Excalibur. Ähm. Aber in einer Höhle müssen wir keine Angst vor dem Fliegeviech haben. Oh, sieh. Stammbaum. Stammbaum. Ah, okay. Ja, das heißt, ich kann... Oh Gott. Oh Gott. Ja, wann anders. Aber yes, wir kriegen einen. Ich kriege ein eigenes Pferd. Und ich kann es an... Zusammenbauen. Anmalen. Zusammenbauen. Immerhin gibt's hier mehr Farbe... Äh, Farbe als in dem anderen Gebiet. So. Wer bist du? Und was willst du? Und warum muss ich zum Reden unter dir stehen? Ich will neben dir stehen. Aber warte, dann fällt auf, dass... Der Typ echt klein ist. Komm, dann stelle ich mich unter dich, damit wir auf Augenhöhe reden können. Ich frage mich, warum das alles fühlt sich alles so verabschiedet. Ich frage mich, warum das alles so verabschiedet ist. Nein. Ey, wir haben Tashin wieder gefunden. Warum hat das irgendwelche Auswirkungen, wie ich die benenne? Ähm... Sonne, Mond, Erde. Hm. Mit der Blaufärbung und so, das sieht eher mondig aus, finde ich. Also wenn sie jetzt braun oder... Ja, vielleicht das Grün wird so ein bisschen für Terra sprechen. Sonne sehe ich gar nicht. Sonne sehe ich gar nicht. Ja, ich bin dafür. Der Hase oder was auch immer, heißt Lua. Lua. aus dem Paradox, der verletzt von einem Kind temperamental. Du musst nur finden, den restlichen Teilen finden. Du kannst nicht ernst sein. Du kannst die Dahl halten. Ich muss so weit weg von diesem, wie ich kann. Du weißt, du kannst nicht weg von hier, mit Thrax auf dem Throne. Rüste Sun & Moon aus. Uh, das sind diese Doppelkatana. Die habe ich schon gesehen. Die habe ich schon gesehen in der Vorschau, was mir alles fehlt. Und mir gedacht, wow, die sehen mega geil aus. Aber warum ist Teshin hier? Ach stimmt, ich habe ja keinen Bullet Jump. Es gibt scheinbar auch keinen... Nee, es gibt keinen Schlagangriff nach unten. Interessant. Warte. Kraftschlag. Uh, was war das? Und warum ist es auf Cooldown? Schnellschuss. Ah. Warte, das ist... Moment, warum greift der jetzt immer weiter an? Ah, okay. Okay, ich weiß nicht, warum der gerade die ganze Zeit von alleine angegriffen hat. Aber jetzt scheint es sich gelöst zu haben. Okay, mit F kann ich einen Schnellschuss machen. Damit kann ich blocken. Dann kann ich diesen... Megaschlag... Und mit R kann ich einen... Ah. Ist das jetzt hier Dark Souls oder was? Das ist ja cool. Okay. Ich glaube, ich habe soweit verstanden, wie das funktioniert. Ah, und Drifterinherenzen. Okay, dann weiß ich ja, was ich wieder farmen kann, wie so ein Bekloppter. Okay, das lese ich mir irgendwann in Ruhe durch. Das wird jetzt zu lange dauern. So, ich kann jetzt mein... Pferd rufen jederzeit. So. Das Wichtige, kann ich parieren? Ja. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Wie geil. Ah, okay. Projektile kann ich auch parieren. Los, komm her. Ich will dich nochmal parieren. Komm. Los. Lass mich nicht dumm angucken. So, ich habe mich geheilt. Und jetzt? Tippe. Okay. Drifterwaffe hat einen anderen Kraftschlag. F-Schnellschluss unterbrechen kannst. Wenn du Angriffe siehst. Ähm. Ah ja, okay. Und so kann ich Anvisierungen ändern. Okay. Siege Feinde mit dem, was du gelernt hast. Okay, ich kann sie nicht mit einem Schlag unterbrechen. Aber ich kann sie parieren. Ähm. Okay, ich muss mich noch dran gewöhnen, mit dem Schnellschuss Sachen zu treffen. Das ist ja cool. Ich muss Apfel hier wieder reinkriegen. Ich glaube, das Ding kann ich nicht parieren. Warum ist da hinten Sauron? Ähm. Das ist das fetteste Pferd aller Zeiten. Er braucht Archwings, wenn er das Ding hat. Oh mein fucking Gott ist das cool. Das ist ein fucking Pegasus. Lass ich da durch? Oh yes. Okay, dann lass uns fighten, du fetter Wurm. Ähm. Impressiv. Warum ist Tesshin jetzt eigentlich ein Magier? Äh, aber, äh, bin, weiß ich, hä? Spielt das hier vor dem ganzen Rest? Sind wir in der Vergangenheit? Ich meine, ich, 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 äh, muss ich jetzt alle Warframes nochmal farmen? Ähm, aber, selbstverständlich werde ich Mag nehmen, denn, ähm, streng genommen sind der Operator und der Drifter ja irgendwie die gleiche Person. Und ich hab mich damals ganz am Anfang für Mag entschieden, also werde ich das wieder machen, da muss ich gar nicht überhaupt den Rest lesen, ich weiß, was die Frames können. Gib mir Mag. Ist das hier das neue Intro, wenn man Warframe anfängt? Und sagt man, weil nicht vom Offiziellen anfangen, sondern, weil man kann ja irgendwie jetzt mittendrin einsteigen. Dass man quasi nicht erst alle Planeten einzeln machen muss. Ähm. Okay, dann, ähm. Ah, ja. Ja, 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 ich weiß. I'm not new here. Wer braucht'n fucking Walljump? Also, ja, ich glaube, das beantwortet mir die Frage. Das ist das neue Intro für diejenigen, die neu in Warframe sind. Ähm. Einmal das Tutorial geskippt. Ja, ja, ich glaube, das ist das, was ich hier in the Undercroft. Auf der Grunde, ich glaube, dass diese Warframe wäre eine Leidenschaft, die seine ganzen Worm zu tragen. Aber hier, du kannst frei sein, und revel in ihre Kraft. Also, was ich hier mache, Tushin? Eine Joyride? Ich habe keine Waffen. Und keine Mods. Ähm, das zieht mich rein. Was? Eine Waffe wäre geil. Ah ja. Oh Mann, kriege ich die Piranha. Ja, das ähm... Da muss ich nicht zweimal fragen, welche Anfangswaffe ich nehme. Von mir, don't hear Drifter. I play wherever I want. Hallo. Also wir sind zeitlich auf jeden Fall vor New War. Weil ansonsten würde der Drifter mehr wissen. Sonst muss der Drifter ja wissen, was die Tenno sind. Also ja, das hier ist das neue Intro für die Leute, die neu ins Spiel dazukommen. Die bekommen dann, also die fangen dann, das ist ganz lustig, weil die fangen dann mit ihrem Drifter an und nicht mit ihrem Operator. Ich glaube, sie bin nämlich... Ich glaube, sie bin nämlich... Schwer zu verstehen. Aber wir müssten jetzt wieder auf der Sariman sein, oder? Mein Drifter muss ich nicht anpassen, weil, ähm... Für die, die es nicht wissen, mein Drifter ist komplementär von den Farben zum Operator. Ich glaube, es hat uns definiert. Es hat uns definiert. Wir wurden gemacht, um zu schlafen, ohne reflektions zu schlafen. Haha, nein... Keine vacationen. Hm. Ich denke... Saturn, vielleicht? Ich wollte immer die Ring auf der Nähe. Oh. Oh. Feeling better? That Warframe took a greater toll on you than I expected. Who were you talking to? If you are recovered, we must begin at once to seek the other pieces of Thrax's figurine. I expect they will manifest the same as paradoxes on the surface. Gear up. Look around. And tell me when you are ready. Okay, jetzt wird uns wahrscheinlich das ganze Inventar einmal erklärt. Untersuche den Namarschleier. How do you end up here anyway? Through the eye of the storm. I'm not sure if I was dead or alive at the time. You? Nah, it's been too long for me. Maybe I was on that ship or maybe the same way you did. Äh. I'm just completely confused. Warframe Nahkampfwaffe, Warframe Sekundärwaffe, Warframe Sinnerwaffe. We will reset the spiral, the moment he senses a Warframe on the surface. We will save that for the Undercraft. This should at least give you a fighting chance against his false Dax. Okay, ich habe meine Warframe Sachen eingesammelt. Die anderen sind komischerweise verschwunden. Die haben keinen Bock mehr gehabt hier rum zu sitzen. Die waren enttäuscht. Ähm. Ah, da ist die Puppe. Boah. All his horses. All his men. The sooner you find the pieces. The sooner you get out of this place. He's in a moon. See for yourself. Äh. Okay, dann durch den nächsten Spiegel. Also. Aber wenn da ein Namaschleier ist, dann kann es, muss es da nachspiegeln. You have anger, Thrax. And because he is a creature of emotion. His world follows. From the Duviri tales. The prince of fire. Be wary. In the story, the kings men had blades of molten steel. He's been Chung. Thinking of them. He's spies approach's even now to surveill. Me! One more bucket of piss splashed in my face for the world to see. Take care of this before we're both in the stocks. Warte, warum kann ich nicht ihn anvisieren? Ah, jetzt. Moment. Ich muss mich kurz noch... Ah ja. Jeder von vorne. Das war komisch. Ich versuche gerade diesen Mega-Angriff wiederzumachen. Ah, okay. Jetzt habe ich es wieder. Nein, nein. Lass mich den richtigen anvisieren. So. Q1-Dekret. Wähle dein Dekret. Todesstöße gewähren 500 Rüstung für 10 Sekunden. Okay, ist das hier so eine Art Dungeon-Crawler? Jede 50 Rüstung gewährt 5% Fähigkeitsstärke und Kraftschlag-Schaden bis zu 500%. Die Kraftschläge nutze ich kaum. Mein erster Schuss ist sowieso schon stärker, wenn ich den Special nachladen mache. Das heißt an sich, ähm, sollte ich dann so einen Megaschuss haben oder 200% Schaden plus den stärkeren. Ich glaube, ich nehme das. Okay, ich habe ein Dekret. Was auch immer das bedeutet. Was ist das? Drackwurzel. Okay. Öffne die Truhe und besiege den Wächter. Kann auch nach wie vor Fernkampf benutzen. Naja. Okay, sobald ich einmal Nahkampf mache, schlägt der unendlich weiter. Ja, ich kann auch nicht mehr damit aufhören. Da ist irgendwas bei mir in der Steuerung ganz, ganz falsch. Muss ich nochmal gucken, was das Problem ist. So. Ich meine, ich kann hier auch mit dem Pferd rumlaufen, oder? Was ist, was ist mein Ziel? Finde die Truhe. Die Truhe, in der ein Puppenteil ist, oder? Warum regnet es Meteoriten? Okay, da hinten müssen wir hin. Wer bist du? Ich glaube, das ist die Kiste. Aber hier, ich sehe hier keinen Wächter. Korrektur. Ich sehe einen Wächter. Oh mein Gott. So. Kann ich dich parieren? Come on. Ich will dich parieren. Okay, ich glaube, ich kann ihn nicht parieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Come on. Lass dich parieren. Nee, ich kann ihn nicht parieren. Okay. Und ich verpasse den Schuss. Aus einem Idiot. Nein. 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 Und tschüss. Okay, da muss ich noch ein bisschen üben, auf jeden Fall. Ich bin mit der Steuerung immer noch nicht so ganz zufrieden. Und ich habe wieder ein Dekret bekommen. Kritischer Schaden verdoppeln. Das Zufügen eines Status, Defekt, Gesundheit. Eigentlich macht es doch Sinn, wenn ich meine eine Sache, mit der ich gerade gut bin. Ich meine dann, dann habe ich die 100%. Noch mal 300. Oder die 300 ersetzt das. Mal gucken. Ah ne. Okay, das verbessert ist. Boah, das glaube ich nicht. Ich mag dich auch nicht. Wer ist das? Ich meine Geschwindigkeit nach Kill. Klingt eigentlich ganz praktisch. Weil ich habe das Gefühl, vor allem im Vergleich zum Warframe, ist der Drifter halt nicht ganz so schnell. So, was ich mich jetzt frage ist... Ah ja, ich kann jederzeit abheben, wenn ich will. Und einfach durch die Gegend segeln. Okay, das ist schon hart, cool. Oh Gott, ich wollte nicht unter das Ding fliegen. Was ist? Hier ist wieder so ein Lichtding. Hübsche Bude. In das Puppenteil. Ähm... War... Kann ich machen? Let's go. Okay, die Mission... Bitte mehr. Und so... 30 Ecken schwieriger. Dann kann das echt cool sein. Was ist das? Ah, das sind die Drifterinherenzen. Später. Erstmal stecken wir unserer Puppe ein Bein an. Dann fehlt eigentlich nur noch der Kopf, ne? Beide Arme. Ich bin mit Angst. Ein Instinkt, wie jeder andere. Wie squinten in der Sonne oder flinchen von einem Burn. Aber ein paar von uns... vielleicht lernen wir es. Easy. Ich habe dich. Don't! Oh, armer Tesshin. Wobei das Problem ist, ich vertraue Tesshin auch nicht so 100%. Irgendwie der Typ spricht in Rätseln. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile so ein bisschen eine Ahnung. Die Leute, die hier sind, sind quasi... Als die Sariman ins Void gefallen ist... Der König hier ist eins von den Kindern auf der Sariman, was den Kontakt mit dem Void nicht ganz unbestand, unbeschadet überstanden hat wohl. Und sie ist irgendwie wahnsinnig oder verrückt oder so geworden. Keine Ahnung. Und die ganzen Leute hier sind wahrscheinlich die, die auf der Sariman auch gewesen sind. Nur zeitlich passt das Ganze irgendwie überhaupt nicht. Weil der Drifter und der Operator sind da. Wir haben das Teil von Nama. Was heißt der Nama-Schleier? Das heißt New War ist eigentlich schon gewesen. Keine Ahnung. Ja, das ist das, was ich mir auch gedacht habe gerade. Was heißt der Nama-Schleier? Eine Unterschiede im Parallel. Ein Paradox in itself. Also wir haben hier quasi... Ja, die Sariman steckt ja zur Hälfte zwischen den beiden Welten. Und das hier ist quasi die Welt, in der die Tenno nicht zurückgekehrt wurden. Äh, zurückgekehrt sind, sondern vom Void verzerrt wurden. Was ist das? Tashin sieht in dieser... in diesem Bademantel irgendwie komisch aus. Der ist auch kleiner geworden. Und älter. Typische Warframe-Quest. Ich bin heller confused. Ah, und ich kann erstmal eine Runde schlafen. Perfekt. Oder das Feuer angucken. Genauso gut wie Schlaf. Well, it seems that Thrax woke on the right side of his crib today. Okay, also gehe ich wieder zurück nach Doubiri. Ich glaube, ich muss hier nichts groß einstellen. Ich bin heller. Ich bin heller. Erinnere dir, dass er glücklich ist, dass er nicht in gefährlich ist. Find das Schlaf geschmack, und spiele es aus. Das ist, dass du das nächste Paradox in der neuen Paradox herauskennen kannst. Das nächste Schlaf, das wir brauchen. Was ich mich allerdings frage ist, habe ich die normalen Drifterfähigkeiten, müsste ich haben, oder? Also, wenn ich jetzt hier runterspringe, dann könnte ich den Fallschaden mit dem Dash negieren. Stimmt, habe ich den Void-Modus? Das wäre vielleicht actually mal eine Frage. Nein. Stimmt, das wäre mir sonst schon aufgefallen, aber... Ich habe keinen Void-Schlag oder irgendwas. Okay, da sollte ich vielleicht ein bisschen drauf aufpassen. Ähm... Oh, ich muss dafür... ...absteigen. So... Gut. So, erzähl mir... ...did Methylas' Freude auf dich verschwinden? Ich hoffe, dass du wütendst. Ja, ist die Gehobbitze. Okay. Okay. Dann dürfte jetzt bei der Puppe nur noch der Kopf fehlen, oder? Wenn ich mich nicht irre. So, so... We'll... Okay. So, so... Okay. So, so... So, so... Das Schade ist, die größte Glück scheint zu kommen. Vielleicht ist es nicht um es zu verstehen, sondern um es zu lassen. Du bist glücklich. Ich bin nicht. Seine Erinnerungen geben dir etwas. Als diese Emotionen durch dich fliehen, du hast von ihm seine Einheit einzigartig über den Welt. Ich will nicht Scherzees, ich will raus. Aber schau dir, die Dormazone. Sie ist jetzt aufbauen. Hm. Ein Dormazone. Kann ich jetzt in mein Apartment rein. Aber ich habe es noch gar nicht dekoriert. Ich habe noch so viel anderes zu dekorieren gehabt bisher. Wobei natürlich wieder die Frage ist, sind wir hier in der Zukunft, in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in einer anderen Timeline. Immerhin fühle ich mich hier wieder zu Hause. Hallo. Und jetzt setzen wir uns an diesen Tisch und sehen an dem Tisch den Operator und schlagen den Bogen zu New War. Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Ne. Hä? Das ist einfach nur weird. Vor allem weil hier sind wir eindeutig auf der Sariman. Aber Teschins Höhle ist nicht auf der Sariman. Oder, dass es auf der Sariman auf der Hälfte, die außen ist und die Höhle ist auf der Hälfte, die innen ist. Also, je nachdem was man jetzt als innen und außen, aber ihr versteht, was ich meine. Also, das heißt, uns fehlt noch Le Kopf. An was glaube ich? Ich habe was zu essen gekriegt. Wer ist dieser neuen Freund von deinem? Ich habe dich gemacht. Ich habe dich sichergestellt, all das ganze Zeit. Das ist nichts, ich kann nicht sein. Ignorieren ihn. Sprechen den Tag. Lass ihn sehen, dass seine Kontrolle sich verletzt. Okay. Also ist das, was die Tenno hätten sein können, wenn sie nicht zurückgekehrt werden, quasi. Also, Gott gleich über ihre eigene richtig weirde Welt. Aber das mit dem Erschaffen macht Sinn, weil, abgesehen von Teschen und dem Drifter hier, hier ist ein Schwazin, wirken alle, als wären sie gebaut worden. Also, als wären sie quasi Puppen nur in Lebensgröße. Ich sollte vielleicht nicht von hier aus einfach runterspringen. was ist das? Hm. Vielleicht muss ich da später hin. Ja. Okay, das Pferd erleidet keinen Fallschaden. Was ist das? Hm. Muss ich darauf schießen? Ah, jo. I can't see shit. Kriege ich das gesniped? Yes, kriege ich. Okay, ähm. Ich sollte aber mit dem Pferd weiter rennen. Ah ne, ich bin fertig. Oh. Pff. Das war einfach. Ich bin fertig. Oh. Ich bin fertig. Oh. nur für jetzt. Hm. Ich bin damit ich gemeint gewesen, oder? Ähm. Also, ich hab noch nicht ganz verstanden, äh. Ich... Also, ich versteh nicht ganz, ob mit sie gerade ich gemeint war. Weil ich halt hier die Mission mache und nicht gebrochen bin. Aber, hm. So, das letzte Puppenteil. Ich bin echt verwirrt. Also, das ist definitiv auch ein... Genau wie der Drifter ein... Einer der Leute, die halt... Also, einer der Tenos oder der... Soon-to-be-Tennos. Typische Warframe-Story. Du läufst die ganze Zeit mit so einem riesen Fragezeichen rum und denkst dir... Hä? No, ähm... Lua? Hm. Stimmt. Wo ist das Kaninchen? Das ist... Sus. Hier ist, äh... Ah ne, ich hab ne Hand gefunden. Ich hab gar nicht gemerkt, dass die gefehlt hat. Nichts ist schlimmer als Angst, oder? Es brennt deine Lungen. Es brennt die Bäume. Es brennt die Bäume. Aber du kannst es sehen, oder? Und nachdem es passen... vielleicht etwas Neues aufbrennt. Aber Resenheit... Resenheit ist desolation. Es schwebt die Bäume, so dass nichts wieder wiederum wird. Du hast es nicht gesehen, hast du? Dass ich nur mit dir benutzei. Du denkst, dass es eine Magiklande gibt, außerhalb hier? Alles, was da ist, ist Krieg. Und Schmerz. Verstehst du? Ich denke so. Du bist? Du bist wirklich? Du stimmst das eine Präsenz, aber du wissen, was es wirklich ist. Es ist der einzige Ort im gesamten Universum, das ist wirklich sicherlich. Ja, klar. Du hast alles. Du hast alles. Wenn, wie? 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 Okay, also mein Gefühl, dass irgendwas mit Tasche nicht stimmt, war richtig. Oder das war nicht Täschin. Äh, warum sind die alle zur Hälfte unsichtbar? Ihr fresst einen, Moment, die haben keine Rüstung. Das ist komplett useless. Da kommen unendlich viele neue. Ah, die Tingle of Mounting Excitement. Wie sich die vielleicht mit dem Drifter töte? Das ist mein Operator. Und ich kann noch nicht zurück wechseln. Ähm, ich sollte eindeutig nicht dem Operator sein, hier. Das Problem ist, ich weiß nicht ganz, ob die in der Lage sind, meinen Operator überhaupt zu killen. Ah, das dürfte mich, ah ja. Okay, merken, nicht den Operator wechseln. So they came to his bedside, one by one, and his firstborn knelt there. And the old man said, my child, my child, why be your eyes so dry? And the firstborn said, so that I might be stronger, father. And so the old man gave to them the deeds for all his lands. Also ich meine, mit einer Sache hat er recht, es ist der einzige Ort im Universum... Ach, verdammt, ich wollte nicht wechseln. So, könnt ihr mich töten? Nein. Wir haben einfach null Chance. Ich will auch keine Wegpunkte setzen. Okay, ähm... Ja, das macht's zumindest ein bisschen schneller. Selbst dieser Gift-Gott. Operator ist too strong. So long. To his second floor, he said again. My child, my child. Why be your eyes so dry? And his second child said, I shed no tears, father, for I chose now to remember only the joy you made of my life. sie sprechen immer noch in rätseln suche ich hier nach irgendwas ich versuche dem typen zuzuhören hört mich auch anzugreifen nicht die Fassfesseln nein immerhin sind sie magnetisch wenigstens etwas ich glaube ich fessel sie doch die laufen irgendwie mit dem mit der Bubble durch die Gegend das ist sollte ich vielleicht nicht machen das sieht nicht gesund aus wer hat wen getötet versteht es ist gleich nichts nicht wer ist der Vater hey Lua dachte schon Fake Tashin hätte Lua gekillt mal wieder ähm das war der Späschelschlag hey Todesstoß nice oh richtig gut das erinnert mich an ein bestimmtes weißes Kaninchen im Mittelalter braucht man jetzt eine heilige Handgranate für kann ich mit Lua reden wer ist ein kleines Monster Killer Kaninchen wer ist ein kleines Killer Kaninchen aus komischen Metallteilen aber hey es ist einfach nur ein Sci-Fi Kaninchen in der Zukunft sehen die alle so aus oh ja so ok dann probieren wir das nochmal mit den Nahkampfwaffen äh 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 nein und jetzt macht das den Angry weil ich hier raus will also ich zahlbar weg gehen bevor sein Pfeil runter fällt ok ich muss mich definitiv noch ans Markieren um zu gewöhnen ich drücke immer mittlere Maustaste weil das ist in Soulslike immer meine Markiertaste ich habe ja so ein bisschen ich habe ja so ein bisschen Sorge dass irgendwas aus dem Himmel kommt ich meine wenn die Welt ihm gehört nope nope nein ok und diese Strahlen das ist nicht schlimm wenn die das machen da kann man drumherum ausweichen die Terrakotta Soldaten hier haben alle Angst Moment hat er nicht gerade gesagt dass alle Pferde verbannt sind hier stehen aber welche sogar ein blaues dabei na dann gehen wir mal den König töten würde ich sagen ne das ist aber eine echt lange Quest eventuell muss ich das sogar in zwei Parts schneiden hier weiter und das ist Wake up, Tenno. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh nein, wenn alles Todesstrafe ist und nur die... Perfekt. Nein. Nein. Okay, das macht schon Laune, muss ich sagen. Das parieren. So, wer will nochmal? Ich hab Bock. Oh, yes. Kommt her. Nein. Keine komischen Zauber. Ja, das Timing klappt nicht immer. Aber immer öfter. Tesshin. Take care of Lua for me. I will. Your own feeling now. Oh, I am. Wann genau ist er gestorben? What? Oh mein fucking Gott, ich kann das Ding steuern? Wow. Okay, let's go. Kann ich das kaputt machen? Also, ich glaube, ich habe es. Hi. Einfach durchfliegen. Boah, das Ding fühlt sich mächtig an. Aber... Okay, einer wieder weg. Ich bin nicht hier, um ihn zurückzuholen. Ich bin hier, um Rache zu üben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dafür ist noch Zeit. Machen wir den Turm kaputt. Oh, yes. 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 Und ich bin hier, um Rache zu üben, um Rache zu üben, um Rache zu üben, um Rache zu üben. Und ich bin hier, um Rache zu üben, um Rache zu üben, um Rache zu üben. Rache zu üben, um Rache zu üben, um Rache zu üben, um Rache zu üben. Ich bin hier, um Rache zu üben, um Rache zu üben, um Rache zu üben, um Rache zu üben. Ich hatte es immer. Thrax hat nicht diesen Ort gemacht. Du hast. Aber du hast es gesagt. Du hast alles zurückgebracht. Warum? Ich denke, es fühlte sich wie ein guter Geschäft. Hmm. Also, was ist weiter? Die, die außerhalb der Bühne, haben dir geholfen. Du musst das Geld wiederholfen. Du hast das Geld bekommen. Aber du hast deine Freiheit gewonnen. Weg durch den Paradox und aus der Spirale. Du bist bemerkt. Du bist nicht wie du bist jetzt. Aber wie du dann warst. Du hast es gesehen? Du bist der andere Seite. Ich bin... Ich sehe das. Was machst du? Du hast zu machen? Du kannst über die Navigationskonsole des Orbiters nach Duviri zurückkehren. Wenn du bereit bist, kannst du das Ursprungssystem über die Dormison betreten. Okay, das heißt, es ist irrelevant. Das sagt mir nur, wo ich jetzt als erstes spawne. Dann bleibe ich natürlich erstmal. Weil das Ursprungssystem, das kennen wir doch recht gut. Ich hoffe, das war keine Folgenentscheidung, sondern einfach nur... Vielleicht funktionieren nicht so, wie du dachtest. Dein Leben, deine Träume, dein Selbst. Nichts, wo du gehst, da bist du. Dieser Lüge, in dem du bist, ist vielleicht nicht so schlecht. Es ist nicht ein Trapp, oder ein Habit, oder eine Entschuldigung. Es ist nur dein Leben, das wartet, um dich zu leben. Okay, also... Was wir hier haben, ist quasi eine parallele Zeitlinie, die nicht... Die... also... Ja, es ist schon die andere Seite der Sariman, ne? Nur wann das passiert ist mit dem Drifter jetzt, das ist nicht so ganz klar. Fakt ist, wir müssen jetzt jederzeit dahin zurückkehren können. Wenn ich's richtig verstanden habe. Warum sitzt Saren da so klein irgendwo unten rum? So. Was bist du? Ich dachte, es war dich. Und ich habe eine ziemlich gute Idee, was du bist. Oh, ich würde nicht sagen, jemandem. Nicht mit deinem Reputation. Ich denke, wir könnten uns gut sein, zu uns. Ich habe eine große Zusammenarbeit über die Jahre, und du kannst dich auf die Dinge, die ich niemals konnte. So. Trade? Don't tell me, du bist nicht... ... Curious. Das Waren ansehen. Pistolen Riven Mod. Äh, okay. Das sind so die Special-Sachen. Man kann former Blaupausen kaufen. Na gut, das sind nur Pistolen Riven Mods. Aber vielleicht switchen die auch durch, aber... Okay. Oh, yes. Eko. Für Enigma-Gyrum, was auch immer das ist. Ah, und hier gibt's neue Wachen und... Credits. Wer holt sich 100.000 Credits vor allem? Das ist ja das schlimmste Deal ever. Okay, hier ist auf jeden Fall neue Frames. Endstuff. Hier kann ich... ...ganz normal mein Zeug anpassen. Darum kümmere ich mich ein andermal. Ähm... Hier ist nach wie vor noch nichts dekoriert. Oh, das heißt... ... mein nächstes Deko-Projekt... Doch, ich hab den Wischeimer in die Mitte gestellt. Ich erinnere mich. Hehehehe. So, und ich bin jetzt gerade auf der... Sariman? Hallo? Warum hab ich... ...ne Kamera hier unten? Äh... Also, ich kann hier wechseln. Ah, und hier unten kann ich dann ins Stormy-Zone gehen... ... und da kann ich meinen Drifter anpassen. I understand. Okay, dann würde ich aber sagen... Ähm... ...hab ich jetzt, glaube ich... ...genug hier rumge... ...äh... ...guckt noch. Ich find's ne richtig, richtig coole Anfangsmission. Auch wenn ich sagen muss... ...ich weiß nicht, wie cool die ist... ...wenn einem die Backstory fehlt. Wobei bei mir jetzt auch eher das Problem war die ganz... Also, es ist ein Paradox. Das ist korrekt. Es ist komplett richtig, dass die's so benannt haben. Ähm... Aber ich glaube, ich habe im Großen und Ganzen jetzt verstanden... ...wie es sich zusammenfügt. Glaube ich. Also, bei Warframe ist das immer so ne Sache. Die Story wird einem ja nicht... ...aufs Auge gedrückt. Man muss immer ein bisschen selbst rausfinden. Aber... ...das neue Kampfsystem mit... ...also, das Kampfsystem mit dem Drifter... ...das ist richtig, richtig cool. Ich hätte gern ein paar... ...ääh... ...stärkere Gegner, die man dann im Einzelkampf... ...fighten kann oder so. Wobei, das geht dann wahrscheinlich ein bisschen zu sehr in die Souls-like-Richtung. Aber ja. Ähm... Das war's auf jeden Fall für dieses Mal. Ähm... Ich werd noch mal gucken, was das mit den Syndikaten ist und so weiter. Ich weiß halt, wie gesagt... ...ich weiß nicht, was gerade sonst noch neu ist. Ähm... Es gab jetzt ja... ...das wollte ich nicht. Es gab ja in den Update-Nozizen irgendwo hier, äh... ...ähm... ...genau hier Abgrund von Dagarth. Das könnt ihr nicht sehen, weil der das jetzt im Browser öffnet. Ähm... Aber ich denke mal, dass das halt irgendwie damit zu tun hat. Ähm... Also mit den Syndikaten... Also mit den Syndikaten. Ansonsten, keine Ahnung. Wenn's noch was Neues gibt, was so Story-mäßig in die Richtung geht, dann sag ich Bescheid. Ansonsten sag ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich freu mich, endlich wieder hier zu sein. Ähm... War viel zu lange weg aus Warframe. Wird Zeit, dass, äh... ...ich mal nacharbeite. Das heißt, äh... Ja, falls es was Neues gibt, sag ich Bescheid. Ansonsten bis zum nächsten Update oder falls es eine neue Mission gibt. Falls ihr irgendwas habt, was ihr gerne mal sehen würdet. Oder wo ihr Tipps, Tricks und sonst was Video zu haben wollt. Sagt Bescheid. Ich informiere mich eigentlich immer sehr ausgiebig darüber. Deswegen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.